Interessant, 2 von 4 Okay, da gibt es auch keine mehr Da gibt es 2 von 6 Und dann gibt es wieder 2 von 2 Aber sowas wollen Schnellreise Biss ich zwar niedrig, aber immerhin Ich bin gespannt, wer jetzt schon wieder Welche Juxle jetzt schon wieder meine Hilfe braucht Können Sie sich nicht alle selber helfen Das gibt es doch nicht Au, Tombstone Gutes Timing Tombstone's Leute laden neue Vorräte auf Aber wofür nur? Macht er wieder in Drogen? Sind schwer bewaffnet Ich sollte wohl besser lautlos bleiben Muss ich jetzt lautlos sein oder Ich hätte auch 100.000 jetzt verschiedene Variationen Wie ich die jetzt am besten haben Nehmen wir einfach mal Klassiker Stolpermine Einmal Zweimal Gefährlicher als der Boss Wenn wir es versauen Jetzt behalte ich mal Ich glaube das geht Ich glaube das geht so aus Das war's Keine Bewegung Wannkrabbler Geh bitte heute Gäuschen Haben die was gemerkt? Nope Ich chill mal so mein Leben Du bist nicht sehr wachsam Hey Ihr seid gar keine echten Apotheker Ihr tragt nämlich keine weißen Kittel Äh Besser nicht Na Besser nicht Besser nicht Ich will dir auch nicht so nennen Na danke Ich will keinen Junior oder sonstigen Das jetzt schon Ein bisschen Zeitl brauche ich noch Ein bisschen Zeitl immer noch Aber nur nicht jetzt oder Lass mich nicht verzweifeln Boah das wärs Boah das wärs So richtig so plötzlich von hinten Und nehmt uns ein Krawatleuter Und dann zack Und wirft uns durch die Gegend Uh das wärs Na hallo Boah da geht schon mal einer ab Ich würde mal sagen Da hat jemand einen in die Fresse gekriegt What the fuck Könntet man das vielleicht auch ein bisschen rassistisch sehen Weil er ja doch ein bisschen Latina mäßig drauf ist Okay Schaut irgendwie so aus Wie hätte er keinen Schmerz gespielt Der Huren Boah Er geht gleich auf Mut Alter Gescheissen Äh Die Stolpermini hab ich ganz vergessen Maschallah Mehr Typen Mehr Drogen Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwanger Alter Urshit Troffen Urshit Troffen Kopp Dann geht er nicht mehr Na leck mich am Arsch Mit dem Motorrad Leute Das muss auch mal einer schaffen Aha Jedes Mal getroffen werden Das Ist Ist Arsch Oh Der einer hat sogar Haare Die muss ich fertig machen He he Haben wir doch gehabt Jetzt werden sie alle klotzern Kriegen alle Haarausfall Von dem scheißdreck Ich befürchte Die Drogen Na wenn da näher Team Gabel Muss nehmen Team Gabel Ich halte mir mal einen dieser Inneratoren genauer ansehen Welchen Mann Da drinnen Oder was Können wir da drinnen Einschauen Na Achso Container Na Inhalator Achso Ich hab verstanden Jetzt Das Komplett Komplett lost Alter Da sollten wir eigentlich Eben erst genug Leute haben Ja Denk ich mir Genau Neut mal bei irgendjemandem Was in der Nähe ist Ahja Das Machen wir einfach mal hier Ohne irgendwie Sozusagen Labor Aha Okay Wird sich Sagen wir gar nicht mehr So mehr Ne Mal mehr So angewiesen Ahja Okay 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 Ich merke Die ist so Richtig Fad Man könnte es wieder Ganz einfach machen Wir machen es wieder So einzeln Da wäre genau das Falsche zu viel Zu viel Machen wir Machen wir Machen wir das So, und das hier, so. Pipi fein, aber hätte ich gesagt, Pipi fein. Boah, das ist wie ein Setzer. Ja, das ist wie ein Setzer, Alter. Er tut ein bisschen basteln, basteln, tschucki, tschucki, oder? Jeder klappt, Alter. Er tut sein eigenes Drogenimperium basteln. Ah ja. Der wäre ja auch heiß. Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen.